Wir haben heute zum ersten Mal unsere vier kleinen Lüben rausgelassen in der Außenanlage. Die sind für drei Monate geboren und waren noch nie draußen, haben noch nie das Außenwirt gesehen und heute ist endlich der Tag soweit, dass wir die zusammen auch noch mit einem weiter Weibchen nehmen wir unser Alpertier, die Kabora. Sie ist die Chefin, das hat sie heute Morgen klargemacht hier und ab heute sind wir jeden Tag draußen und sicherlich werden wir in den nächsten Tagen noch zwei Weitelöwen dazu lassen, ein Mensch und ein Weibchen. Das sind nämlich die Schwester und Bruder aus der letzten Woche. Ab heute reicht das erstmal. Die Jungen bleiben jetzt jeden Tag draußen, sind von morgens bis abends dickbar. Ab morgen, spätseln wir morgen mit den anderen beiden, dass wir dann endlich unsere komplette Familie zusammen haben, vier Großen, vier Kleinen. Und solange der Werder mitmacht, können wir jeden Tag raus. Wenn der Werder nicht mitspielt, dann sind wir im Haus dickbar. Alter, war das krass. Die Schwester ist ja nun schon. Guck, das ist auf jeden Fall nicht die Mutter. Geheuere! 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 Ja! Essen tun die eigentlich im Moment ganz wenig. Die kriegen Fleisch von uns angeboten. Das heißt, ein Stück Knochen mit ein bisschen Fleisch dabei. Aber die saugen auch noch. Der nächste Halbescheid war bei Mami. Das heißt, erst mit neun Monaten sind die dann echte kleine Lügen. Aber es sind aber keine Vegetarier. Das darf man nicht vergessen. Die sind so gut. Ja. 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 Ja, ich meine, jedes Café mit dem Knochen. Ja, ich muss das mal sein. Ja, das ist ein bisschen. Ja, das ist ein bisschen. Ja, das ist ein bisschen. Ja, ich muss das Mal auf dem Knochen gehen 거altra, Ich muss das nachmachen die mache hat so auch schon Mal auf der Knochen, Hel grande Teich, welcher die messeriche bei mir? Ja, ich kann meine. Ja, du bist ein bisschen mit strometern. Ja. Ich?